Ja, äh, ja, hast du gedacht. Ja, der spielt gerade GTA im Rennen und ich spiel hier das. Bei ihm, äh, es war noch bei ihm dieses Spiel. Also Rocket Lounge. Und ich spiele es jetzt. Ist voll geil. Oha, was? Okay, Leute, das ist klar, das ist. Und nach der und nach der, dann können wir starten. Ja, jetzt starte ich mal. 1, 2, 2, 1, look it. Oh, okay, jetzt geht's um ein paar Geschichten. Denk nein, den Kuhl, schießt dich weg. Ach, keiner, was sind richtig da? What? Ja, easy, come, easy. Oh, ich bin ein Kuhl, ich bin ein Kuhl, ich bin ein Kuhl. Nochmal. Ey Leute, ich empfehle euch das Spiel in Ruhe zu laden. Das ist kostenlos in den PS4-Shop oder halt, äh, ja, bei Spritz und so. Ist voll geil. Es wird aber nicht mehr lange kostenlos sein, weil, keine Ahnung, egal. Aber kauft euch das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist voll. Ich bin ein Kuhl. Schöne hier mein Leben. Ich mache es. Ey, dieser Ball. Nein! Das ist ein Ball. Ey, die Dinger, die Essensasche ist leicht. Ja, schon geht einfach. Warte, dieses Team ist im Westen hier. Äh, warte, ich muss mal was verlassen. Spiel verlassen. Ja. Muss mal noch ein bisschen trainieren. Leute, ihr könnt mir auch auf TikTok folgen. heiße Nexus Clan 0909. Ich möchte heute oder morgen die 1K knacken. Da kann ich auch direkt mal live gehen. Ja. Äh, Murat wird dann auch dabei sein. Ja, ja. Ich kann ihn dann einladen in dem System. Und, ja, ne. Wenn ihr mich... Also, ich heiße auch bei TikTok Nexus Clan 0909. Folgt mir da. Ja. Und jetzt muss ich erstmal eine Üben-Map machen. Training. Äh, freispielen. Ja, freispielen. Mal ein bisschen trainieren. Ich gucke jetzt heute den ganzen Tag, wenn man so folgt, auf TikTok. Ich möchte, dass es über... über... überhundert ungefähr werden. Überhundert ungefähr werden. Überhundert. Ey, ich wünsche Ihnen so gerne, dass nicht mehr so viele Spieler drin sind in diesem Spiel. Und noch üben natürlich. Das hat erst gestern Mutland. Aber auch. Ja. Ja. Aber auch. Aber auch. Aber auch. Aber auch. Scheiße. Das baue ich jetzt die ganze Zeit so scheiße, oder was? Ich baue jetzt die ganze Zeit nur scheiße. Und ein Tor. Come on. So, ein Tor. Ist doch ein bisschen üben. Kann auch mal passieren. Wie ist der jetzt? Ja, da ist der Ball. ... Bam. Nochmal. Boah, Leute. Was ist das? Jetzt fünftig mit Gott nicht den besten Schuss auf der ganzen... Nein. Scheiße. Ich dachte, das wäre der beste Schuss auf der ganzen Relaktiv-Kale. Ja, das war der Scheiße für die... Ich krieg's ja weg. Ai Scheiße. Ai Schei, ich hab verkackt. Was macht die Sahne, Schapfaka? Was, ja? Was macht die Sahne? Na ja. Wo ist dieser Ball? Dort. 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 Was macht die Sahne, Drei? So, ich versuche man jetzt mit normalen Runden, mit einer normalen Runde. Ja, ich möchte wieder zurückgehen. Ich versuche es jetzt mal mit einer normalen Runde, es könnte je, es könnte vielleicht noch klappen. Ich weiß es jetzt jedenfalls nicht, aber trotzdem versuche ich es mal. So, dass es gemacht wird. Eine��를zwungen weiteres, zwei glaub ich. Ne, eins immer bei uns, eins immer bei uns besser. ein Spiel akzeptieren Leute folgt mir ich gucke wer auf TikTok wenn ihr mir dann folgen und er auch sagt mal den Namen alles klein Muradessy und O und folgt ihm alle also ich ja voll der Prank Leute ich hab sogar bei meinen anderen Freunden gemacht äh Milad Digga der hat auch kassiert Digga nein der kleine Runde so und der ist junger und der merkt es nicht mal der sagt einfach die ganze Zeit die heißt du auf Insta Digga er checkt dich vor deinem Leben dass er den dass er sein Freak ist denn der schreibt die ganze Zeit die heißt du auf Insta Jo 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 Hä, war das für mich oder war das für ihn? Ja, nee, das ist für mich. Homie. Schön, mein Homie. Schön, mein Homie. Ja, mein Homie. Leute, ich hab was gut zu geprankt, aber damit auch. Homie, 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 Homie. Ich hab's nicht mehr gesehen, ich hab's nicht mehr gesehen. Was ist das? Ich hab's nicht mehr gesehen, ich hab's nicht mehr gesehen. Da haben wir noch Kodum. Junge, du kleiner Huhnsucht! Nein! Nein, er schießt vor! Scheiße! Steck doch mal so'n kleiner Bastel! Scheiße! Schweiß, Digga! Trotzdem muss ich sein! Also Leute, ich will nicht, ich muss... Dieser Kleine... Junge! Geh mal, geh mal, geh mal! Geh mal! Kleiner Huhnsucht! Scheiße, ich hab ein paar Kacke! Ja! Kleiner! Junge, dieser Kleiner! Junge! Ich will, dass er... Weg geht! Lass es! Ey, wir haben wenig Zeit zu kleiner! Und der? Ja, dann geschieht ein Tor für mich! Oha! Oha! Scheiße, ich hab... Mann, ich hab ihn fast getroffen! Nein! Du kleiner Huhn! Oha! Ey, eins ist voll cool eigentlich! Scheiße! Scheiße, Digga! Wir spielen gerade die ganze Zeit mit dem Ball! Wir spielen gerade die ganze Zeit mit dem Ball! Spielfeld Tor für mich! Ja! Hahaha! Loll! Ey, wie behindert ist der denn? Loll! So behindert kann man ja auch nicht sein! Ey, Leute! Du kleiner! So schlechst du mit meinem Bett! Du Schussack! Ey! Mach dir doch! Du warst einfach das Einzige für das Teil! Voll nein! Ich werde gewinnen! Ey! Was machst du da? Ich werde gewinnen! Ich muss gewinnen! Warte! Warte! Nein! Ich gewinnen! Er muss kein... Er darf kein Tor schießen! Nein! Ich hab mir ein Tor geschossen! Aber ich gewinnen! Ich hab trotzdem gewonnen! Ich hab trotzdem gewonnen! Flower Team macht nichts! Scheiße! Oh, eine Sekunde! Nein! Danke! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen... Ich hab gewonnen!